King Rifle Barrel Hunting Stock Ah, hier müsste es jetzt, stimmt, müsste es hier vorne jetzt gar nicht relativ viel finden da vorne Ja, hier wächst jetzt irgendwie Unkraut Muss, glaube ich, nur gucken, welche du nimmst Das eine ist Yucca und das andere ist Aloy oder irgendwie sowas Ich kann aus beiden, glaube ich, Sachen machen Es, die sind die grünen, die grünen Kacksträucher, die hier rumstehen Und wenn ihr gar nichts mehr zu trinken habt, könnt ihr die Kacktehen kaputthauen Scheiß, Zombie Fick dich, du scheiß Zombie Fick dich, du sei Zombie, halt dein Maul Und geh rüber zum Paul Fingst du gerade an zu kacken Sooo, ta-la-ta-ta-bom Brauchst du leere Gläser, und... Und... Genau Ja Aloe Cream Super, hier kommen wir nicht oben drauf Ein Hase, ein Hase Ich habe keine normale Bandage mehr, oder? Doch Was ist das jetzt? Was brauche ich jetzt für? Blut Dafür hast du ja deinen Zapfling da Ja schon, aber was ist das Wasser? Und... Und da... Nein, was ist das in der Mitte? Leere Gläser, wo sind leere Gläser? Da oben Was soll das in der Mitte sein? Bei was denn? Also warte mal Sekunde mal Bei Medizin, ne? Ja, bei First Aid Kit Ja, bei First Aid Kit Ja genau, was ist das in der Mitte? Bitte Ja, das könnte ein Buttersleuth Love Juice sein Mh, habe ich schon gemacht Aloe Cream Ne, ich nein Ne Normales Wasser? Habe ich auch probiert, das ist auch nicht Vielleicht Honig Oder... Na, keine Ahnung, ich sehe auch die Farbe nicht Wirkt aber irgendwie weiß, also so weißlich Das war einfach Nee, du bist auf jeden Fall Hab's da so eine Art Cannon... ...Cannon reingebaut Oder wie sehe ich das? Mh, aber cool Aloe, sieht echt super aus Ja, und noch ein Hase, der keine frohe Weihnacht hat. Das kann ich strukturen. Habe ich einmal vermisst, früher. Okay, was geht denn ab? Ja, 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 ja. Da hast du ja maximal gleich noch ein paar Zelte. Ich hoffe nur, dass am Ende des Canyons vielleicht irgendwo eine Siedlung ist oder? Ist das noch irgendwo bei uns oder? Ja, ich bin... Ende des Canyons ist ja im Schluss. In der Nähe. Ja, mal Yuko-Food, machen wir es gleich mal. Yuko-Saft. Food? Echt? Das geht? Wie das denn? Da ist so ein Yucca drauf, ne? Jo. Genauso müsste es funktionieren, aber... Das ist ja kein Food, das ist doch diese Creme. Nein, das ist Aloe. Aloe Vera. Yucca Fruit... Das ist einmal Aloe Pflanzen und einmal Yucca Pflanzen. Ach, stimmt. Wie geht das Scheiß jetzt nochmal? Äh... Yucca Juice da. Ah, das ist die braune Pflanze. Die ist Yucca. Wie hab ich dann aufgehoben? Yucca Fruit, ah, das ist ja so genau. Ist wieder was anderes. Kruchtig. Lecker. Im Abgang und saftig. Gibt aber. Ich hab ein Bloodbag gefunden. Was tue ich jetzt dafür weg? Vorne Seite, ich komme, ich komme. Da wegschmeißen. Habt ihr eine Stadt gefunden oder so irgendwas? Ne. Wirklich, ich guck wahrscheinlich immer noch Silhouetten irgendwo, aber... Oh, Silhouette mag Kaffee zum Genuss. Äh, ja. Äh... Weißt du, worauf man hier ohne Probleme treffen könnte? Erinnerst du dich noch an das Holzfohr, was wir gebaut haben? Ja. Ja. Ja, so, so ein... So ein Western-Vor-Städtchen. Ja, genau sowas. Das hätte ich auch getippt. So eine Geisterstadt. Sowas in die Richtung. Sowas wie Düsseldorf. Ein Autofrack wie ne Geisterstadt. Zack, zack. Jetzt noch. Boah, die ist aber ganz schön groß, ne? Was? Die Map? Ja, hier die Wüste allein schon. Ja, doch. Gehen da ja jetzt doch schon so zwei, drei Minütchen. Von jetzt sehe ich was. So trinken hast du noch, Paddy? Ja, ich hab noch. Wie gesagt, ansonsten... Warte mal hier fängt ein... Da fängt ein neues Biom an. Da ist ein kaputtes Haus. Ja. Vor allem das Biom ist das. Ich glaub, das ist so ein Biom, ähm... Wo die Stahlträger rumfliegen. Wie bei Grave Town. Okay. Hm, na ja. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen wegen Hunden. Oh, da sind Bienen, pass auf. Dann gibt's ja irgendwo Honig. Ja. Seid ihr jetzt? Oh, da drüben. Warte mal. Ich komm mal. Ich glaub ich auch. Ein bisschen dreckend, oder? Äh, boah, da tue ich nicht viel weg. Ich schwimme. Kannste aufheben und... Oh, scheiße. In den Kopf. In Bewegung bleiben, Bewegung bleiben. Töten. Nein, der läuft, der läuft, der läuft. Geh weg, geh weg, geh weg. Boah, pfuh. Ich hab ihn zu spät gesehen. Da war der schon am Würgen. Also müssen wir da jetzt schon aufpassen. Oh, super Pan-Killer hab ich nochmal gefunden. Ah, ich auch. Einfach nehmen. Dass du den Rack drauf hast. Na, nochmal Pan-Killer. Wir haben Cheerleader-Pain-Killer und Kranken-Schläge von Hand-Killer. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Nicht zu schnell. Bei dich hab ich nicht auf der Map. Das wird so ein bisschen problematisch. Hier ist eine Straße. Wir könnten folgen. Komisch. Oh, hier sind Spinde. Du bist jetzt drüben auf der anderen Seite oder hier? Ne, ich bin wieder zurückgekommen. Ah, okay. Dann müsst du das sein. Mir tut der Arschraum sitzen weh. Mir tut der Arschraum sitzen weh. Du darfst also mal weiter nach Norden, oder? Ja. Wer, ich? Ne, Paddy, glaube ich. Du bist, warst du nicht im... ...der neuen Map. Ey, tue ich mich echt ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Na, da, ich seh euch doch. Ja, mich schon. Ja, die ist ein Stück weiter, glaube ich, nach Norden, oder dann... Ey, ja. Genau. Ja, ihn seh ich halt nicht ganz auf einmal. Wenn ich bei dem irgendwie... ...ein Berg oder ein Haus oder sowas einen Weg hab, dann... ...ist der Wisch. Ja, das siehst du nicht auf der Karte, wenn du einen drückst. Ne, weil... ...nix Freund. Das ist ja das, was ich so ein bisschen blöd finde. Ich kann ihn auch nicht als Freund einladen. Wege. Ja, ähm... ...weiter nach Norden, Westen, Süden, Osten. ...und mal in das Kackeland rein. Da findet man eine Stadt. Oh. Kein verstrahlter Boden hier? Ne, das ist zwar... ...ähm... ...verstrahltes... ...Dring, wenn du das aufhebst. Okay. ...aber... ...sonst... ...du bist nicht krank davon. Ich hab eh schon die Kackerei, von daher ist mir egal. Na, da vorne ist eine Stadt. In dem Gebiet hier wird's wahrscheinlich sowas wie Grave Town sein. Ja. Mit Sicherheit. Aber auch egal. Vielleicht haben wir Zeitschriften drinne. Hinweis an Waffen. Ohne Hochhaus. Lebensmittel vor allem. Und wir könnten... ...theoretisch könnten wir auch hier bleiben. Fong und Eisen haben wir relativ viel. Ja. Und dass die Viecher da oben auf den Häusern sind. Ja, wobei bei 50%... ...haben die die... ...haben die die Straßenstreifen hier neu gemacht. Ja. Das ist neu. Ja, ne? Ja. Aber die ist richtig groß, die Stadt. Boah, aber richtig verdammt groß. Aufpassen, ne? Sobald ihr Würgen hört, dann ist ein Bulle in der Nähe. Wenn der auch dazukommt, wegrennen. Boah, erschießen. Ja, erschießen ist natürlich auch schön, aber... ...weiß gar nicht, äh... ...hat Patty überhaupt geknarrt? Ja, ne Pistole. Ich habe auf jeden Fall eine... ...in den Schrank gelegt. Also hier hätten wir schon mal rostige Türen. Da ich noch ein bisschen Platz habe, hau ich die mal raus. Hier sind Mais-Samen. Ja. Boah, ich habe aber keinen Platz mehr. Verdammte Schalalala. Hab ich schon einmal in der Tasche. Ja, hier bei meinem Rucksack, wo ich auf der Straße stehe. Ja, ich bin gespannt. Ich bin schon da weggegangen, weil du gesagt hast, ich komme sofort. Ah, ne, ich habe mein Disco. Das ist das Problem. Ah, okay. Amos denn? Ah, ja, okay. Eee. Blueberry. Ah, fick dich, wie kann man jetzt da noch hoch? Hm. Blue Slatsch und du Schlumpf. Kaffee-Bohnen. Was für ein Ding? Kaffee-Bohnen. Äh. Ja, ich bin zartblutig im Abgang. Leicht rauche ich in der Mitte. Super, ich kann nicht mehr connecten. Zartrauche ich in der Mitte, spiele ich mir an der Titte. Du dir an der Titte. Okay. Sitz doch mal am Boden.